Dieses zu erwerbende Sechszimmer ein Familienhaus liegt in Dingolfing. Das im Jahr 1973 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Auf einer Grundstücksfläche von Zechzimmer von ca. 770 m² bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 220 m². Das Haus hat einen Kaufpreis von ca. 299.900 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.